Nachdem seine Haushälterin gestorben ist, wächst bei Nobelpreisträger Axel Ragnarfeld die Angst, seine Vergangenheit könnte ihn einholen. In dem Leben des berühmten Schriftstellers ist bisher ein Geheimnis bewahrt geblieben, das ihn vor den Augen der Nachwelt ruinieren würde. Nur zu gut weiß er, dass in seinen alten Schränken Dokumente liegen, die er längst hätte vernichten sollen. Doch er muss ohnmächtig abwarten, was passiert, denn eine Lähmung nach einem Hirnschlag macht ihn unfähig, mit der Außenwelt zu kommunizieren. Die Autorin Karin Alf-Tegen ist eine brillante Erzählerin. Mit ihrer klaren und nuancierten Sprache gelingt es ihr, den Leser auf eine Reise durch die Abgründe der menschlichen Seele mitzunehmen und die Spannung bis zu dem dramatischen Höhepunkt immer weiter zu steigern. In Schatten erzählt die Großnichte von Astrid Lindgren auf 349 Seiten eine atemberaubende Geschichte, die jede Seite wert ist.